Die Firma L-Tel S.A. pflegt seit vielen Jahren das Sumpfgebiet rund um den Neunburger See. Mit dem regelmässigen Mähen von Schilf wird der Verbuschung entgegengewirkt. Dazu hat das Unternehmen den Prototyp L-Botel entwickelt. Diese Vollerntemaschine für Schilf erfüllt mehrere Aufgaben. Mähen des Schilfs, Pressen zu Ballen und den Transport zu einer befahrbaren Strasse mit Überlad der Ballen. Der Selbstfahrer basiert auf einem Bagger mit Metallraupen und drehbarem Turm, hat aber im Verlauf der Zeit und der Entwicklung viele Verbesserungen erfahren. Die Maschine bewegt sich mit einem Tempo von rund 5 kmh. Der Fahrer steuert das Gefährt mit zwei Joysticks. Der Motor für die Hydraulikpumpen des Antriebs wird durch eine imposante Einheit an der Front gekühlt, um so eine Überhitzung zu vermeiden. Der Fahrtrichtungswechsel am Ende der Parzelle erfolgt durch eine 180 Grad Drehung des Turms. So werden Schäden beim Wendemanöver minimiert. Der Konstrukteur betont, dass die Maschine mit biologisch abbaubarem Öl funktioniert, was gerade für die Arbeit in sensiblen Naturgebieten wichtig ist. An der linken Armlehne befindet sich der Joystick für die Steuerung von Schneidwerk und Haspel. Das 6 m breite Schneidwerk stammt von einem Mähdrescher. Die Schilfrohre werden vom Schrägförderer direkt in die Presskammer transportiert, ohne zuvor aber geschnitten zu werden. Die Presse mit einer variablen Kammer formt die Ballen mit einem Gewicht von rund 300 kg. Die Presskammer besteht aus Ketten und Stäben, um so dem scharfkantigen Schilf zu widerstehen. Bei der Presse lässt sich eine kleine Kreissäge hydraulisch ausfahren, um die Ballen allenfalls in zwei Teile schneiden zu können. Der Fahrer kann auf der Maschine rund 20 Ballen stapeln. Am Heck installierte Kameras ermöglichen die Überwachung einer korrekten Lagerung der Ballen, sorgen aber auch für sichere Manöver mit der Maschine. Integriert ist weiter eine GPS-Lenkunterstützung, damit man sich im oft unübersichtlichen Sumpf zurechtfindet. Einmal gepresst, werden die Ballen auf einen Transportwagen überladen und dann hauptsächlich an Gärtnereien, Winzer oder Landwirte geliefert, wo sie als Mulch oder zum Kompostieren Verwendung finden. Mehr dazu in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik vom März. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020